Ja, also ich komme ja aus Sachsen und habe damals auch 1989 die ganze Wende hautnah miterlebt, von den ersten Demonstrationen bis hin zu dem Moment, als man dann zum Beispiel auch in der ehemaligen Stasi plötzlich den neuen Geist dort reinbrachte in dieses Gemäuer und welches Deutschland ich mir wünsche, das ist eigentlich für mich wichtig, dass der Geist des Aufbruchs nach 1989, 1990, dass dieser Geist nicht verloren geht und nicht vergessen wird und weiterhin für die Zukunft in unsere Gesellschaft einfließt. Danke.